Mit der Münzsammlung der Universitätsbibliothek Leipzig wird die Geschichte des Geldes vom 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis in die Gegenwart lebendig. Die vielfältigen Objekte zeigen, in welch unterschiedlichen Formen, Ausgestaltungen und Materialien Menschen Wertentsprechungen produzierten. Die Leipziger Sammlung umfasst Bestände aus Europa, dem Orient, aus Asien und Amerika. Der bislang digitalisierte Teil der Sammlung, ca. 28.000 Objekte, enthält schwerpunktmäßig antike, mittelalterliche und frühneuzeitliche Prägungen. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über APIs. Die IIIF Image API erlaubt es euch, flexibel direkt aus eurer Anwendung auf Bilder und Bildausschnitte zuzugreifen. Metadaten können über die IIIF Presentation API oder als Lido XML heruntergeladen werden. Alle Daten der Sammlung sind unter der CC0 Lizenz verfügbar. Wir würden uns freuen, euch die historische Sammlung und die technischen Zugänge später genauer vorstellen zu dürfen.